Nächste Wanderung steht an, heute zum 25 Fontes. Wir geben alles, wir haben unsere Schwimmsachen dabei. Können wir kurz ein Schwenkmal machen, das Wetter zeigen, es sieht nach Badewetter aus. So und da haben wir uns natürlich auch kulturell noch ein bisschen weiterbilden wollen und wie ihr alle mittlerweile wisst, ist Madeira einer der Hotspots für Levada-Wanderungen. Und jetzt, wer nicht weiß, was Levadas sind, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Levadas sind künstliche Wasserläufe, die auf Madeira erbaut wurden, um Wasser aus den niederschlagsreicheren Gebieten im Norden und im Zentrum der Insel zu den landwirtschaftlichen Anbaugebieten im Süden zu halten. Nächstes Mal bitte auswendig lernen und nicht vom Handy ablesen. Levadas haben den ersten Wasserfall gefunden, suchen jetzt noch die anderen 24. Ne, beinahe, das ist ein Witz. Das ist gefährlich hier. Jan, was sind eigentlich diese Levadas? Levadas stammen aus der ganz alten Zeit des frühen Madeiras und wurden hier von den Leuten genutzt, um das Wasser über eine sehr einfache Art und Weise transportieren zu können. Weil natürlich früher noch keine Pumpen existent waren, die das Wasser eben pumpen konnten, wurde das Wasser über diese Kanäle, die man hier sehr schön noch sehen kann, die bis heute eben noch funktionieren, ins Tal transportiert. Ton es ist eine eigene Fl Flieder. Je habe noch einen Zugang zu tun. Der Erbaby Name und werden alle st cleanser angefangenen und um ein paar Stunden beginnen. Dan ein Interview rumifruit an dieel Re taller каз Waldsempfe auf So, nachdem wir kurz in die Touri-Falle reingetappt sind, 25 Frontes, war okay, aber jetzt Jetzt haben wir auch mal unseren persönlichen, einsamen Wasserfall gefunden. Guckt es euch an, die ist einfach außer uns keine Menschenseele. Und wir haben es nur gefunden, weil wir mit Jans Drohne einfach über den anderen Wasserfall rüber geflogen sind, der da hinten irgendwie sonst auch geht. Um unsere Lagun natürlich einzuweinen, müssen wir natürlich rein in das Ding. Auf jetzt! Aha! Attacke! Drückt uns die Daumen, dass Robin Diergaard auf diesen Steinen hier nicht ausrutscht, weil dann fahren wir ein mittelgroßes Unglück. Das ist auch noch mal eine Nachricht an Wilmhoff. Beschätzungsweise hat das Wasser hier 3 Grad. Scheiß auf die Nachricht, Junge! Das ist auch noch mal eine Nachricht, Junge! Wir sind考ern, wenn ihr in pessoa nur in deriska ג�ze делает. Wir sind기에 überrascht, dass wir auf der anderen Seite schulen, die gerne Leute schulen, oder? Wir sind 100%.